Hallo und herzlich willkommen zurück bei Marissa Lohndeliefer und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen kurzen Rückblick ins Jahr 2023 mit einem Fazit zum Community Voting Pick My Soup. Das habe ich ja versprochen, dass wir da ein bisschen zurückschauen. Welche Bücher denn gewählt wurden? Habe ich sie gelesen? Ja, nein? Wie haben sie mir gefallen? Also richtig einmal zu schauen, was hat denn das Pick My Soup Community Voting überhaupt gebracht? Hat es mir gefallen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? All diese Fragen habe ich mir selbst gestellt und die kommen jetzt zur Antwort. Dieses Format Pick My Soup Community Voting mache ich ja erst seit März 2023. Das war so eine Idee, die einfach geboren wurde und habe gedacht, ach, das machst du jetzt. Schauen wir mal, wie das ankommt, wie das bei euch ankommt, wie das bei mir ankommt, wie es funktioniert. Und es war wirklich alles dabei in diesem Pick My Soup. Unfassbar! Es haben jedes Monat so viele von euch immer mit abgestimmt. Es war richtig, richtig toll. Das gefällt mir. Immer auch Kommentare drunter, warum ich denn das Buch lesen soll und so weiter. Das war richtig, richtig toll. Und daraus hat sich für mich einfach ergeben, ich mache das in diesem Jahr auch. Im Januar ist es jetzt auch schon so, hat es schon gegeben, für Februar natürlich auch. Und deshalb gehen wir jetzt einfach einmal chronologisch von März bis Dezember alles genau durch, was, wann, wie, wer, warum, weshalb. Ich habe da auch schon was vorbereitet, mein schlaues Büchlein. Und im März war es ein, ich habe ja jedes, zur Erklärung für all jene, die in den letzten Wochen und Monaten neu hinzugekommen sind, ich habe jedes Monat so ein Motto. Und da versuche ich immer vier Bücher zu finden und aus diesen vier Büchern wird dann das Gewinnerbuch im Monat dann gelesen. Jetzt musste ich nachschauen, welches Motto ich im März denn hatte. Und im März war das Motto Neuerscheinungen. Also Bücher, die jetzt im Februar erschienen sind, die ich gekauft habe und die habe ich zur Wahl gestellt. Wir beginnen mit, ich mache das immer verkehrt, mit den wenigsten Stimmen bis hoch zu den meisten Stimmen. With All My Heart von Samantha Young. Orte, an denen ich geweint habe wegen dir von Holly Byrne und The American Roommate Experiment von Elena Armas. Und gewonnen hat Feldpost von Mechthild Bormann. Ein Buch, das es nicht ganz auf meine Highlightliste 2023 geschafft hat, weil ich relativ viele im historischen Genre hatte. Und dann musste ich mich entscheiden und da ist es mehr oder weniger unten durchgerutscht. Erschienen ist das Ganze bei Drömer und erzählt eine Geschichte von einer jungen Frau, die auf recht eigentümliche Weise in den Besitz einer Aktentasche kommt, die Besitzerin ausfindig machen will und dort Dokumente und Feldpost aus dem Zweiten Weltkrieg findet. Und daraus entspricht eine Geschichte, die für mich einzigartig war, die eine Wendung genommen hat und für mich recht ungewöhnlich, beziehungsweise da lese ich nicht sehr viel in dieser Richtung. Und auf recht wenigen Seiten hat die Autorin es geschafft, mich völlig zu überzeugen. Und ich weiß, dass ich von dieser Autorin von Mechthild Bormann auf jeden Fall noch mehr lesen möchte, weil sie grandios erzählen kann. In klaren Sätzen, nicht überbordend mit vielen Adjektiven, sondern sehr, sehr prägnant. Und deshalb war das definitiv ein Fünf-Sterne-Buch. Im April gab es dann das Übermotto Tiroler Autorinnen. Und es gibt sehr viele Tiroler Autorinnen, die im Romance-Genre, auch im Fantasy-Genre schreiben. Und zur Wahl gestellt habe ich damals Liebe im Sommerregen von Anna Loyel, Black Temptation von Karen Redolfi, Liebe auf den tausendsten Klick von Jasmin Griezmann und gewonnen hat Catherine Snow mit Akademie im Niemals Erschienen im Bukabie Verlag. Das ist eines der Bücher, das ich nicht gelesen habe. Und ich kann euch nicht genau sagen, warum, weil es hat alle, alles. Es enthält wirklich alles, was ich gern mag. Es spielt auf einer Akademie, es geht um Zeitreisen, es geht um junge Erwachsene. Klingt mega interessant. Als Mara vom Gefahr der Zeit an die Akademie ihm niemals geholt wird, weiß sie noch nichts von alledem. Ebenso wenig davon, dass man sie ihrer Vergangenheit und Zukunft beraubt hat. Dazu verdammt, mehr über die Arbeit der Akademie zu lernen und dieses Werk fortzuführen. Doch ein unbändiger Wille, sich an der Akademie für ihr gestohlenes Leben zu rächen, erwacht in ihr. Auch wenn das bedeutet, sich ausgerechnet mit Leander zusammenzuschließen. Klingt mega interessant, klingt mega toll, aber es wurde im April nicht gelesen. Es ist immer noch ganz in meiner Nähe, in meiner Hand, weil ich sage, irgendwann werde ich dazu greifen, weil es doch sehr viele Eigenschaften in sich vereint, was ich eigentlich total gern mag. Im Mai gab es dann das Übermotto Blumen, Pflanzen, Frühling und so weiter. Und deshalb gab es diese fünf, vier Bücher zur Auswahl. Eine Rose alleine von Muriel Barberi, Black Roses von Geneva Lee. Der Blüten-Sammler, ich habe den Namen leider des Autors vergessen, ich weiß, dass es sein Mann war und gewonnen hat, das Apfelblütenfest von Carsten Henn. Ich blende euch das Cover ein, weil das Buch nicht mehr bei mir ist. Das war eine der Mega-Enttäuschungen des Jahres 2023. Ich habe mir so viel erhofft. Das Setting in der Normandie war grandios und richtig toll. Es ging um eine Apfelfarm, die Sidra herstellt und auch andere Produkte. Und um einen Jungen, der eine Stellenanzeige in einem Baum ritzt. Und diese Stellenanzeige wird 20 Jahre von einer jungen Frau gelesen. Sie kommt dann zu diesem jungen Mann. Und es war dann einfach so, dass diese Stellenanzeige einfach, ich beim Lesen mir gedacht habe, kann das in einem Baum 20 Jahre lang so überleben? Und dann gab es noch diverse Handlungsstränge, die mir einfach nicht in den Kopf wollten. Plus Zeitsprünge bzw. Zeitzusammenhänge, die einfach nicht passen konnten. Also es ist mir während dem Lesen aufgefallen und hat mich furchtbar genervt. Ich habe es dann zu Ende gelesen, um es einfach zu Ende zu lesen. Aber es war einfach nicht meins und in der Zwischenzeit einfach gar nicht meins. Der Juni hatte dann Krimi bzw. Thriller als Übermotto und folgende Bücher habe ich zur Wahl gestellt. München 72, ich weiß im Moment nicht mehr, wie die Autorin heißt. Der Buchhändler von Petra Johann, Du gehörst uns von J.P. Delaney und gewonnen hat damals Turmschatten von Peter Grandl. Und das Buch war definitiv auch ein Mega-Highlight. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, findet man auch in meinen Highlight-Videos. Es geht dort um einen Turm. Und ich sage immer, der Turm spielt so eine bedeutende Rolle. Dieser Turm wurde im Zweiten Weltkrieg als Bunker benutzt, weil er eben gegen alle Undinge mehr oder weniger gewappnet war. Und Jahrzehnte später mietet sich dort ein Mann ein mit einer sehr obskuren Vergangenheit, wo man nicht genau weiß, wo kommt er her und warum ist er da. Und hat eine junge Mitbewohnerin und die wird an einem Tag von drei Neonazis umgebracht in diesem Turm. Und der Mann beschließt dann, diese drei Männer gefangen zu nehmen und live im Internet abstimmen zu lassen, was mit diesen Männern passiert. Aus verschiedenen Perspektiven wird es erzählt. Auch die Polizei, die dann natürlich dort anrückt mit den Spezialleinheiten. Es war von der ersten bis zur letzten Seite mega interessant, toll zu lesen, spannend zu lesen. Es gibt auch schon einen zweiten Teil, der heißt Turm Gold. Liegt auch schon bereit und möchte ich bald lesen. War ein Highlight. Im Juli war das Motto Bücher unter 300 Seiten. Also kurz und knackig, weil der Juli bei mir eher unsicher war, wie viel ich zum Lesen komme. Und deshalb Bücher unter 300 Seiten. Die Welt war eine Murmel von, ich habe seinen Namen vergessen, Frühling in Paris von Fiona Blum. Die Glücksbringerin von, weiß ich auch nicht mehr, und gewonnen hat damals Bergland von Jarka Kubsova. Erschienen im Wunderraum Verlag und das war ebenfalls ein Mega-Highlight. Findet sich in meinem Highlight-Video. Also ihr beweist mit eurem Voting wirklich immer wahnsinnig guten Geschmack. Unfassbar, wie viele Fünf-Sterne-Bücher und Highlight-Bücher ihr ausgesucht habt. Das Buch wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Rosa, die in den 30er, 40er Jahren diesen Bergbauernhof bewirtschaftet mit ihrem Vater, mit ihren Brüdern, die dann alle in den Krieg ziehen müssen. Es ist dann auch die Frage, wie optiert man, bleibt man in Südtirol oder geht man nach Deutschland. Sie entscheidet sich da zu bleiben, mit der Natur gemeinsam zu leben und versucht auch herauszufinden, welche Pflanzen miteinander in Symbiose stehen beziehungsweise welche einander gar nicht gut tun und solche Dinge werden da natürlich weitergegeben. Rosas Enkel Hannes heiratet dann Franziska und übernimmt diesen Bergbauernhof und Franziska findet sich in einer Rolle wieder als Mutter, als Vermieterin und als Bergbäuerin. Und warum diese Geschichten miteinander zusammenhängen, müsst ihr selbst lesen. Bergland war definitiv, jede Seite wird ganz kurz oder recht kurz, aber genial geschrieben, auf den Punkt prägnant mit ganz vielen Rückblicken beziehungsweise Einblicken auch in die 50er, 60er und 70er Jahre, wie dort mit Land und Tieren umgegangen wurde. Absolut empfehlenswert. Im August habe ich mich für sehr, sehr emotionale Geschichten entschieden, also Geschichten, die einen hohen Taschentuchverbrauch mehr oder weniger empfehlen. Und zwar, da muss ich euch jetzt tatsächlich immer nur die Titel ansagen, weil ich vergessen habe, wie die Autorinnen heißen. Auf Zehenspitzen berühre ich die Welt. Irgendwas von dir, die geheime Sprache der Liebe und gewonnen hat damals du und ich ein letztes Mal von Lily Oliver. Da muss ich euch das Cover ebenfalls einblenden. Das habe ich begonnen. Und da war der Prolog schon für mich zum Augenrollen. Es geht um eine junge Frau, die in San Francisco auf der Golden Gate Bridge herumturnt. Entschuldigung, anders kann ich es nicht bezeichnen, um irgendetwas anzubringen. Und es ging dann weiter in New York, aber diese Geschichte auf der Golden Gate Bridge war einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so lang dort herumsteigen kann, ohne dass die Polizei oder sonst wer kommt. Auf jeden Fall hat es mich genervt und dann ging es in New York weiter und irgendwie fand ich nicht in die Geschichte rein. Es hätte eine Liebesgeschichte sehr emotional sein sollen müssen und da war nichts. Also ich konnte da nichts greifen und habe, glaube ich, 60, 70 Seiten gelesen. Es war auch kein mega dickes Buch und das war es dann für mich abgehakt. Erledigt. Ich freue mich natürlich sehr über eure Unterstützung, über einen Daumen hoch für dieses Video und natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr am Mittwoch und am Samstag immer informiert, dass es etwas Neues von mir gibt. Im September habe ich dann die Rido-App entscheiden lassen, welche vier Bücher ich zur Wahl stelle. Da gibt es auch eine kleine Erklärung zur Rido-App und geworden sind es dann, muss mich schauen, lasst mich schauen, trifft mich auf der letzten Seite. Der Zufallsbräutigam, alle Farben des Lebens und gewonnen hat schlussendlich von Lexi Ryan, Curd of Sun. Erschienen im Carlsen Verlag und übersetzt von Friedrich Pflüger und Violetta Topalova. Ich habe es gelesen und fand es richtig gut. Ich weiß, dass viele das Buch nicht mögen, die Geschichte nicht mögen, aber ich mochte die Diebin Arbiella wirklich, wirklich sehr gern. Es ist meiner Meinung nach keine wirkliche Dreiecksgeschichte, aber es geht um Brie, die sich entscheidet, an den Curd of Sun zu gehen, weil ihre Schwester dorthin verkauft wurde. Sie sind allein, ihre Eltern nicht mehr hier, beziehungsweise verstorben und sie muss sich dann zwischen, ja, schon zwei Männern entscheiden, sich entscheiden, wer das Beste für sie will oder wo sie die besten Chancen hat, ihre Schwester wiederzubekommen. Und sie muss sich auch diversen Wahrheiten stellen, weil sie natürlich gewisse Informationen bekommen hat, die aber vielleicht nicht immer die richtige Richtung genommen haben. Und es endet mit einem fiesen Cliffhanger, meiner Meinung nach. Und ich habe dann das Buch, das zweite Buch, sofort gekauft und bis heute noch nicht gelesen, was mich total nervt. Aber dieses Buch habe ich gelesen und ich mochte es sehr. Ich mochte das Ambiente, diese zwei verschiedenen Königreiche, die man hat, Curd of Sun, Curd of Moon. Und bin wirklich gespannt und werde hoffentlich bald zu Teil 2 greifen, weil ich fand es gut, interessant, spannend und ansprechend. Also ja, für mich war es mehr als in Ordnung. Der Oktober hatte dann ein Thema, das auf mich zugeschnitten ist. Und zwar ging es um historische Romane aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten zur Auswahl Antonios Tochter, Ada, das Mädchen aus Berlin, 28 Tage lang und im Lautlosen von Melanie Mezentin. Und jetzt kommt das Unglaubliche, ich habe es nicht gelesen. Ich kam im Oktober nicht dazu und ich kann gar nicht sagen, warum, weil dieses Buch auf mich passt wie die Faust aufs Auge, wie das Amen im Gebet. Es geht um Hamburg 1926. An der noch jungen Universität der Hansestadt gehören Richard und Paula zu den begabtesten Medizinstudenten ihres Jahrgangs. Sie beide verbindet mehr als nur die Leidenschaft für den Arztberuf. Sie verlieben sich unsterblich ineinander. Als nach ihrer Heirat die Zwillinge Emilia und Georg geboren werden, ist ihr Glück komplett, auch wenn der kleine Georg gehörlos ist. Doch dann ergreifen die Nationalsozialisten die Macht und das Leben der jungen Familie ändert sich von Grund auf. Richard, der inzwischen als Psychiater in der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn arbeitet, kann sich mit der menschenverachtenden Gesetzgebung der Nazis nicht arrangieren, von der auch sein gehörloser Sohn betroffen ist. Um seine Patienten vor der Euthanasie zu bewahren, erstellt er fortan falsche Gutachten. Damit nimmt er ein großes Wagnis auf sich, das nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Familie bedroht. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht gelesen habe, weil es außerordentlich gut bewertet ist und für mich geradezu zugeschnitten ist. Also es bleibt auf jeden Fall auch bei mir, weil irgendwann greife ich dazu. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Ich bin sprachlos. Im November gab es ein besonderes Thema, weil ich wusste, dass ich im November drei Wochen auf Reha bin und Zeit haben würde zu lesen. Und deshalb habe ich die dicksten Wälzer, die ich so in meinem Regal gefunden habe, zur Wahl gestellt. Erstens war das Winters zerbrechlicher Fluch, ich weiß gerade die Autorin nicht, Eines Menschenflügel von Andreas Eschbach, Der Anschlag von Stephen King und Das Reich der Vampire von Jay Christoph. Nach der Abstimmungszeit hatten wir Gleichstand zwischen Stephen King's Der Anschlag und Jay Christoph's Das Reich der Vampire. Daraufhin gab es eine schnelle Entscheidungsrunde auf Instagram zwischen diesen beiden Büchern und gewonnen hat Das Reich der Vampire von Jay Christoph. Und dieses Buch ist ebenfalls auf meiner Highlight-Liste gelandet. Auf Platz drei, soviel ich weiß. Es war eine wahnsinnige Reise. Ich habe 120, 150 Seiten gebraucht, um mich an den Schreibstil, um an die Ausdrucksweise, an die Umgebung zu gewöhnen. Das wird ein Mehrteiler. Und Gabriel de Leon erzählt seine Geschichte, die ungefähr beginnt, als er 14 ist, als er von seiner Familie getrennt wird, abgesondert wird und ins Kloster von Saint-Michon kommt und dort die Ausbildung zum Silberwächter durchläuft. Die Welt, in der er lebt, mutet ein wenig mittelalterlich an und seit 27 Jahren ist dort die Sonne zwar aufgegangen, hat aber nicht mehr die Kraft, die sie früher hatte. Und das Reich wird eher ins Dunkel gehüllt. Und damit wird den Vampiren natürlich Vorschub geleistet. Und die übernehmen immer mehr Macht, immer mehr Gebiete und es gibt nur noch kleine Orte, an denen Menschen wohnen können. Und natürlich ist auch die Versorgung, da die Sonne nicht mehr so scheint, nicht mehr so gut, es wächst nur noch ganz, ganz wenig Getreide, ganz wenig Kartoffeln und so weiter. Also es ist sehr eingeschränkt, die Ernährung für die Menschen. Und Gabriel wird ausgebildet, um Vampire zu töten. Und er erzählt seine Geschichte. Und das Ganze ist sehr patriarchalisch eingestellt, natürlich Männer an die Macht. Aber es gibt auch diese ganz speziellen weiblichen Figuren, die dort eine große Rolle spielen. Was mich gewundert hat, oder beziehungsweise wo ich wirklich lang daran geschluckt habe, es wird sehr gewalttätig beschrieben und es wird irrsinnig fantasievoll geflucht. Aber schlussendlich, es gab so einige Wendungen, die mir wieder gezeigt haben, dass ich aufhören muss, in Schubladen zu denken, dass ich meinen Geist öffnen muss, an andere Dinge zu denken, weil es einfach so ist. Man muss einfach gewisse Dinge annehmen und eher in diese Richtung danach denken. Ich fand es richtig großartig. Im Mai erscheint Teil 2. Ich habe es mit der Andrea von Coffee & Books gemeinsam gelesen, in einer Woche. Und das Buch hat über tausend Seiten. Also es war tatsächlich ein Rausch, in dem wir uns gelesen haben. Es war grandios. Der Dezember hat dann vier Bücher gebracht, die ich in der Reha mithatte, aber noch nicht gelesen habe. Und da habe ich dann vier, ich habe mehr mitgenommen, ich habe viel mehr mitgenommen. Und da habe ich mich für vier Bücher entschieden. Und The Long Game von Elena Armas, Alles beginnt mit dir und mir. The Romeo and Juliet Society und gewonnen hat damals Lichterglanz von B.K. Morrison. Das ist der erste Teil der Love Light Farms Reihe, glaube ich. Und ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut. Ich muss es euch einblenden. Ich habe mir erwartet, eine lockerflockige Geschichte rund um Weihnachten. Es geht um eine junge Frau, die eine Weihnachtsbaumfarm kauft und diese fortführen will und einfach diesen romantischen Touch zu haben und dann natürlich auch all die Dinge mit zu verkaufen, die es so auf einer Weihnachtsfarm geben sollte. Und ich habe dann begonnen und noch circa 120 Seiten aufhören müssen. Erstens war diese Frau, die ist knapp 30, die diese Weihnachtsbaumfarm kauft, sowas von naiv. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil das kommt auf Seite 5 oder 6 oder so irgendwas vor. Also ganz am Anfang, sie kauft diese Farm ein Schnäppchen. Und nachdem sie die Farm gekauft hat, geht ihr auf, dass die Farm mit Schulden bestückt war. Gibt es in Amerika kein Grundbuch, in dem man das nachlesen kann. Keiner ihrer Freunde, auch ihr bester Freund nicht, hat ihr geraten, das zu tun oder ihr Anwalt. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt schon ein wenig schräg. Und daraus resultieren dann diese finanziellen Schwierigkeiten, die diese Weihnachtsbaumfarm hat. Und sie entscheidet sich dann bei einer Reality-Show, die eine Influencerin durchführt, mitzumachen, um 100.000 Dollar zu gewinnen. Da fand ich den Ansatz, den sie hat. Sie hat genau geschaut, worauf diese Influencerin Acht gibt, beziehungsweise worauf sie Wert legt, was ihr wichtig ist. Und daraus hat sie beschlossen, okay, das Ganze muss einen romantischen Touch haben und gibt an, dass sie diese Farm gemeinsam mit ihrem Freund führt. Ihr Freund ist nicht ihr Freund, sondern nur unter Anführungszeichen ihr bester Freund. Und dann hatte ich mir eigentlich erwartet, jööö, das wird nett. Und nach 120 Seiten wurden nur Probleme gewälzt. Und diese Show oder dieses Event oder was auch immer kam zu diesem Zeitpunkt noch keine Minute vor. Und dafür habe ich keine Zeit, keine Nerven. Es hat mich so angestrengt, dass ich es zur Seite gelegt habe und nach drei Tagen beschlossen habe, es abzubrechen, weil es mich absolut nicht interessiert hat, wie es weitergeht. Ich habe erfahren, wie es weitergeht. Und das war es. Ich werde die Reihe auch nicht weiterverfolgen. Für mich war es das einfach. Das Buch ist dann ausgezogen. Und ja, das ist auch okay so. Und im Jahr 2023 gab es zehnmal Pick my Sub Community Voting, weil ich nicht früher daran gedacht habe. Die Idee ist mir erst im Februar gekommen. Und wenn wir das jetzt ganz kurz und knackig zusammenfassen, es gibt zwei Bücher, die ich nicht gelesen habe, was ich wirklich, wirklich schräg finde, vor allem dieses hier. Aber sie sind bei mir und bleiben hier, damit ich sie auf jeden Fall noch lesen kann. Dann habe ich zwei Bücher abgebrochen. Das war Du und ich ein letztes Mal und Lichterglanz. Eine Mega-Enttäuschung mit das Apfelblütenfest. Hat mich wirklich sehr enttäuscht. Ein Vier-Sterne-Buch mit Curl of Sun. Aber es gab insgesamt eins, zwei, drei, vier, vier, fünf Sterne-Plus-Bücher. Von diesen vier haben es drei auf meine Highlight-Liste des Jahres 2023 geschafft. Und eins ist knapp daran vorbeigeschrammt. Ich finde die Auswertung richtig genial. Also ihr habt guten Geschmack. Ihr ratet mir zu richtig tollen, interessanten, spannenden Büchern, die dann das Potenzial haben, auf meiner Highlight-Liste zu landen. Wenn das kein gutes Fazit ist, dann weiß ich nicht. Deshalb mache ich dieses Community-Voting auf jeden Fall im Jahr 2024 so weiter. Es funktioniert gut. Es machen ganz viele immer mit. Was mich total freut. Was euch hoffentlich auch begeistert. Und ich euch Bücher vorstelle, die vielleicht gerade im Trend sind. Oder ich aus meiner Backliste hervorkrame und sage, okay, welches soll ich denn davon lesen? Es funktioniert richtig gut. Und es muss ja auch nicht immer das Mega-Highlight sein. Es kann ja auch mal der Abbruch sein, dass man sagt, gut, ich habe es zumindest angefangen und vom Suppe freit. Das ist das Ziel dieser Aktion. Und somit hat es in dem Jahr, also im Jahr 2023, hat es alles davon gegeben, was ich richtig grandios finde. Und deshalb freue ich mich auf das Jahr 2024 mit weiteren tollen Büchern, die ich euch zeigen kann, die ihr auswählen könnt. Und wo ich einfach hoffe, dass es gute Geschichten sind und mich amüsiert beziehungsweise gut unterhaltet. Ich suche immer noch nach Themen für mein Pick-My-Sub-Community-Voting. Wenn ihr Vorschläge habt, bitte gern her mit den Kommentaren oder in den Kommentaren. Beim letzten Video gab es zwei richtig tolle Vorschläge. Einen kann ich ganz schnell umsetzen. Beim zweiten muss ich es ein wenig modifizieren beziehungsweise adaptieren zu meinen Büchern. Aber ich versuche das irgendwie. Und in den Timestamps unten in der Infobox gibt es jetzt eines extra und zwar Gewinnerinnen zum Tippspiel. Ich hatte ja in meinen Highlights Teil 1 ein Tippspiel, welches mein absolutes Highlight im Jahr 2023 sein würde. Es gab einige Einsendungen dazu. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und die meisten haben sich tatsächlich auf Fourth Wing gestürzt. Und gab bei mir jetzt nur eine lobenswerte, eine honorable mention, weil ganz viele dieses Buch in ihren Highlights haben dann und gedacht, nein, ich mache das jetzt so, weil mein absolutes Mega-Highlight im Jahr 2023 war ein ganz anderes Buch. Und zwei haben richtig getippt. Es war das Buch, oder es ist das Buch, Die Kinder von Bonvalon von Bettina Stocks. Das war mein Highlight unangefochten. Und zwei haben richtig getippt. Und jetzt wollte ich nicht zwischen den beiden auslosen. Das habe ich jetzt relativ doof empfunden. Deswegen haben beide das Buch bekommen. Ich habe es ihnen zuschicken lassen von ihrer Lieblingsbuchhandlung. Das war für mich jetzt kein Kampf zu sagen, nur eine bekommt es. Deswegen hat es jetzt zwei Gewinnerinnen gegeben. Ich werde das, glaube ich, für das Jahr 2024 noch einmal so machen. Also müsst ihr dranbleiben über das ganze Jahr, damit ihr wisst, welches mein Jahreshighlight 2024 sein wird. Ich habe jetzt schon einen Teaser. Das finde ich cool. Okay. Soviel zum Fazit für Pick My Soup Community Voting. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und habt gesehen, wie toll ihr abgestimmt habt, wie super die Bücher waren, die ich da gelesen habe. Und ich freue mich auf Pick My Soup 2024. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen. Tut euch selbst was Gutes. Bitte bleibt gesund und vor allem sucht auch guten Lesestoff. Für euch.